Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Festveranstaltung 50 Jahre Medico. Keine Feier, sind feiner, aber wie Sie bald merken, werden ein erkennbarer Unterschied. Also Sie sind nicht einfach zum Spaß hier, um das vorneweg zu sagen. Mein Name ist Georg Schramm, ich führe durch den Abend und stelle, wenn es gut geht, das Bindeglied da zwischen den einzelnen Beiträgen. Was Medico ist, muss man Ihnen, glaube ich, nicht erklären. Meinem Nachbarn habe ich es übrigens erklären müssen, ich wohne im Wald, im Südschwarzwald. Und er hat gesagt, am Wochenende, könnte man doch Botschaft, ich bin in Berlin, ich mache da was beim Medico International, 50 Jahre Feier. Habe ich leichtsinnigerweise Feier gesagt, sagt er, ah, da habe ich von gehört, du machst bei so einem Wohltätigkeitsverein mit. Das finde ich ja prima. Und seine Frau hat dann freundlicherweise ergänzt, wahrscheinlich sowas wie Bill Gates für Arme. Ich habe das nicht diskutiert mit dem Nachbarn. Ich habe ihm nur gesagt, das stimmt nicht und ich wäre beleidigt. Ihnen müssen wir nicht erklären, was Medico ist. Sie wissen das. Feiern. Es gibt ernsthaft Leute, mich haben zwei Leute gesagt, ja, so eine Organisation wie Medico, die kann doch nicht einfach feiern. Das ist doch alles so schwer und schrecklich und so. Dazu möchte ich zwei profane Antworten geben. Die eine Antwort ist ganz simpel. 50 werden ist besser als nicht 50 werden. Wenn Medico nicht 50 geworden wäre, das wäre nicht schön. Und die zweite Antwort ist eigentlich gar keine Antwort, zeigt aber einen anderen Blickwinkel auf das, was nicht nur Medico macht, sondern was ja viele machen. Ich habe letztes Jahr einen Berliner Arzt kennengelernt, der seit 45 Jahren hier in Berlin eine Hausarztpraxis betreibt. Der ist das lebende Beispiel dafür, dass der Zeitgeist alles verändert. Und der hat seit über 40 Jahren, er hat mittlerweile, er hat mal geschätzt, 30 bis 40 Patienten, die seit 45 Jahren seine Patienten sind. Und da geht es sehr familiär zu. Und ich könnte mir die Bemerkung nicht verkneifen, zu ihm zu sagen, ja, sag mal, 45 Jahre Patient und immer noch nicht gesund? Und dann hat er gesagt, du siehst es völlig falsch. Der Satz muss anders heißen. 45 Jahre Patient und immer noch nicht tot. So muss man das alles betrachten. Und so betrachten wir das hier auch. Meine Damen und Herren, was Sie erwartet. Eben eine Festveranstaltung mit fast allem, was dazugehört. Wir haben kein Streichquartett. Wir haben eine Laudatio. Wir haben eine Festrede. Wir haben eine hochkarätige Podiumsdiskussion. Wir haben natürlich auch Musikeinlagen. Da muss ich aber noch was dazu sagen. Das ist eben kein Streichquartett, was einfach so ein bisschen die Schläfrigkeit nach schwierigen Wortbeiträgen auffängt. Sondern wir haben zwei Musiker, eine Musikerin und einen Musiker heute Abend als Gast, die eigentlich das, was wir mühsam in Worte fassen wollen, was wir tun und tun möchten mit Medico, die das einfach singen und in ihrer Musik ausdrücken. Und zwar besser als wir es können mit einer großen Kraft, Emotionalität und mit einer Frische, die uns manchmal ein bisschen verloren gegangen ist. Es ist die wohl berühmteste oder eine der berühmtesten, ich mag keine Superleute, eine der berühmtesten Sängerin Südafrikas, genauer gesagt aus Zimbabwe, Stella Chiveshe. Und es ist der Mainzer, der gebürtige Deutsche, aber in seinem Herzen ein Kurde. Das ist Cemil Kokchiri. Ich weiß den Namen, aber ich kann ihn nicht aussprechen, das muss ich runtergucken. Das wird uns Herz und Seele und Kopf erfreuen zwischendurch. Aber wir fangen natürlich an, da sie noch vergleichsweise frisch sind, mit der Laudatio, wie sich das gehört. Dafür jemanden zu finden, war nicht ganz einfach, muss ja jemand sein, der Medico kennt, muss nicht von innen sein, besser von außen, haben wir gefunden. Es ist Barbara Unmüßig, dazu muss ich was sagen, Ihnen wird sie wahrscheinlich bekannt sein. Sie ist in der Leitung und im Vorsitz der Heinrich-Böll-Stiftung und hat ein tolles Buch geschrieben, vor zwei oder drei Jahren, weiß ich nicht genau, ich glaube, Kritik der grünen Ökonomie. Ich habe eine Bekannte in Berlin, die eine Insider-Kennerin der Berliner linken und linksalternativen Szene über viele Jahre gewesen ist. Und die wollte heute Abend eigentlich kommen, die ist auch leider krank geworden. Und die hat gefragt, wer spricht denn da? Da habe ich sie, Laudatio von der Heinrich-Böll-Stiftung, guckt sie mich an und sagt, wer? Und da habe ich gesagt, Barbara Unmüßig. Und da sagt sie, die redet als Erste und dann hat sie gesagt, na, was sei Dank, da hast du Glück gehabt, da kannst du zuhören, das hat Hand und Fuß, was die sagt. Überzeugen Sie sich selber, meine Damen und Herren. Die Laudatio von Barbara Unmüßig. Herzlich Willkommen. Applaus Vielen Dank.